Nur weil man auch keine gefangen hat, kann es trotzdem welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Hier, die sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Lady Croft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Backbord-Botter verloren. Versuche Klempfusschübel zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab. Steuerbord-Botter reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klebt. Unabrecht aus, verlieren dann Höhe. Ja, wir stürzen ab. Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Verblieben! Verblieben!